Musik 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 Hi, wir sind Angelica Express Angelica Express aus Köln Bleiben mit Köln Warum? Warum dieser komische Name So ein Mädel kam gerade zu mir eingelaufen. Ich heiße Angelika! Wir sind die Gruppe Angelika Express aus Köln. Das stimmt auch gar nicht. Doch, doch, doch! Irgendwelche widerspenstigen Zweifler. Sofort raus! Zweifler, raus! Die Station war die erste Kneipe. Im Moment sind wir noch unfassbar relaxed. Aber das wird sich im Laufe des Abends ändern. Bitte sprich mich jetzt nicht mehr an. Ich muss hier lexen. Sind wir noch Zeit? Ich glaube, ich bleib nüchtern. Wodka! Ich steig gleich auf den Kühlschrank hier. Aber im Kurzen gehen ja schnell weg. Es geht auf jeden Fall auch ohne. Das heißt, wir trinken dann erstmal mit Michael Wodka. Einer muss hier überbringen. Geradeaus, geradeaus! Ja, klar! Jetzt hier rüber, ja? Ja, ja. Wir müssen genau in dieselbe Richtung. Diese Allee rein. Wie die Heuschlecken fallen wir an. Also der Plan ist, dass wir eigentlich dürfen maximal 15 Minuten in jedem Laden stehen, um unseren Zeitplan einzuhalten. Drei Nummern? Vier. Ne, drei. Nicht zwei Nummern. Doch, zwei Nummern. Ich kann doch erstmal eine Pause befragen. Guten Abend! Hiermit beginnt die Kneipentour der Gruppe Angelika Express hier aus Köln. Das nächste Stück heißt Eigentlich, Eigentlich. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg. Wir sind in fünf Minuten da und spielen in so eine Viertelstunde. Es ist alles in dieser Trau. Nein, aber auch 44. Wer schreit denn da so? Wer ist eigentlich jetzt mit unserem Typ, wo es noch nicht so gut ist? Hast du das mal noch mal können? Wer schreit denn da mit der Mutter? Wir werden jetzt die letzte Station eigentlich des heutigen Abends aufsuchen. Wir wissen noch nicht so ganz genau, dass das richtig geil ist. Und das haben wir aber immer schon gesagt. Und es wurde immer richtig geil. Das war gar nicht! Deine Welt! 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 Das weißt du nur noch nicht! Robin! Parker! Lock! Ja! Jetzt geht nicht mehr. Wir sind am Ende. Wir warten gleich! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.